Die aktuelle Lage verlangt uns allen im Moment ziemlich viel ab. Aber es gibt Helden unter uns, die sich täglich für ihre Mitmenschen einsetzen. Und das als völlig selbstverständlich ansehen. Selbstverständlich ist das nicht? Und ich bin mir sicher, auch ihr kennt jemanden, der es verdient hätte, einfach mal was zurückzubekommen. Wir wollen euren persönlichen Helden des Alltags kennenlernen. Und gemeinsam mit euch einfach mal Danke sagen. Schickt uns daher gerne ein Video oder einen Text und beschreibt uns die Geschichte eures Helden. Wir verlosen unter allen Einsendungen ein Jahr kostenfrei Einkaufen bei Edeka Südwest. Danke, dass ihr füreinander da seid.